So, Tag 11, mach ich in der Fresse, da kommt ihr mit Bart entgegen, was ist hier wohl Spannendes drin? Oh, das ist, das ist, hier wischte, ja? Es, äh, Flüssigkeit hier, was ist das für eine Flüssigkeit hier? Massageöl Karamell, ich flippe aus, da rieche ich doch schnell. Vorsichtig, einmal öffnen, einmal öffnen, jetzt geht auch auf, Mensch! Geht auch, jetzt, ist das hier eine Kinderversicherung oder was? Jetzt noch eine Folie, oder? Ah, uh, uh, richtig Creme Dikör, Creme de Coco! Okay, guck mal, diese Duftstoffe sind sehr erotisch. Oh, das hätte jetzt irgendwie so einen nativen Brechreiz einfach mal angeführt. Tag 12, ja, sehen wir uns morgen! Nicht vergessen, abonnieren, leiten, kommentieren!